neues video ja was machen wir heute papa haare schneiden und von wem von dir von dir und die leute wir uns geschafft wir haben gesagt bei 5000 likes darf ich seine haare schneiden nein nein doch nur spaß nein kein spaß doch nein doch nein meine haare schneiden leute wir haben plattform übergreifen fast 100.000 likes wir haben einfach die beste community warum macht ihr so heute gibt es aber ein 2 in 1 video und das bedeutet heute gibt es einmal mein vater schneidet mir heute die haare und gleich im anschluss ich schneide mein vater heute die haare also bleibt bis zum ende dran aber stopp bevor es mit dem video weiter geht liebe grüße gehen raus an koi papa nein und unsere zuschauer hallo und oliver jucken 14 hallo und wenn du auch mal gegrüßt werden willst dann speichern dann schreibe ein kommentar dann dann schreibe ein kommentar ja 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 und wenn wir schon mal dabei sind dann lass uns auch gerne ab oder um nichts mehr zu verpassen und nicht mehr zu verpassen okay papa was machen wir als erstes sieht nicht aus kleine mau was nicht sexy papa du profi ja genau ich bin profi es ist wieder absolut an der zeit dass ich haare schneide ja in den kopf nicht schön haare ja kannst du mir bitte die haare binden haare binden mach du doch du mach ich besser ja die samurai frisur wieder bitte nicht spielen das ist meine sandbüte aber das ist mein schwert du machst kaputt alles du machst alles kaputt immer spielen spielen nicht bewegen okay was machen wir jetzt papa in ordnung machen deine haare in ordnung machen meine haare ja so besser zu schneiden später wenn du mag mit schneiden auch so machen darf ich dich dann ausschlagen was schneiden leute bleibt dran wenn ihr den zweiten teil sehen wollt wo ich in die haare schneid das wird wild woher wofür war das rohe sexy nein nicht sexy meint doch gern aussehen aber frische luft los haare schneiden ist so entspannt wie lange machst du jetzt meine seiten papa seiten auf null papa freust dich darauf dass ich später deine haare schneiden darf nein wieso nicht du nicht gut machen du willst du das wissen ja ich weiß ich hab so gesehen du hast noch nicht geschneit nicht bewegen englisch oder spanisch was sagt man tala hohn 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 was ja sind wir jetzt bald fertig du immer bewegen denn ich kenne nicht und jetzt ruhe ja sind wir jetzt mal fertig papa stunde noch eine stunde ja nein ok fertig kann du immer mach mich stress ich mag dich nicht stress ja du sagst wann 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 fertig wann was machst du jetzt papa ich mach's aber rasierst du jetzt mein vollbart fast fertig ja gleich fertig wow papa das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus das lässt sich doch mal sehen profi ja aber weißt du was das jetzt auch bedeutet ich bin profi nein ich darf jetzt deine haare schneiden doch wir sehen uns gleich wieder ich hab angst ok bist du bereit papa jetzt darf ich deine haare schneiden ja ich hab angst ok bitte nicht kaputt machen ok ich würde sagen zieh dich aus kleine maus mach dich nackig was du sollst dich ausziehen ausziehen ja mein gott ok aber kein sexy ok papa was darf ich dir heute schneiden ja nein was du hast du gesagt heute schneiden ja welche frisur egal 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 also glatze mach schön bitte so was können wir denn hier machen meine haare sowieso ist schön ey was machst du vielleicht hier einfach so ok wir starten mal hier so ein bisschen mit den seiten ja hier so ich brauche noch meine ohrle ja hier ok wir schneiden nicht so viel ok ein bisschen was an den seiten ja aber nur ein bisschen ja ein bisschen papa wollte den leuten nicht konzert geben was konzert ich bin ausgerutscht papa auch gerutscht ja mein gott kaputt machen okay ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder ja meine haare gemacht mein fehler nicht schlecht ich tue mich doch keine enthäusung was ja man sieht doch ganz schlecht aus oder und was sagt irgendwie findet ihr mein sohn du bist nicht schlecht ad in den kommentaren Und wenn ihr schon dabei sind, wenn ihr mehr von uns beiden sehen wollt, dann abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Junior.